Stamiel Nein, ich, ich war es nicht! Stamiel hatte das Messer! Bitte, hab Gnade! Galia est omnis divisa in partes tres. Die töten uns! Oh Gott, hab Gnade! Sie töten die Gefangenen hier drin! Das reicht jetzt, du Perverser! Wo bin ich? Diese Hölle! Sie töten alle! Oh Gott, bitte helft uns! Sie töten alle! Nein, nicht die heißen Eisen. Bitte, alles, nur nicht das. Willkommen in deinem neuen Heim. Hallo! Ich muss mit jemandem sprechen! Was störst du so, Pisspott? Ja, der ist, Pagata. Das war's. Wo hast du das her, Pisspott? Ich bin nicht in Stimmung. Gib sie zurück! Hol sie dir. So du es kannst. Ich bin nicht in Stimmung. Guter Schlag, Pisspott. Mal sehen, was deine Verteidigung taut. So viele Müll, eine gewisse Antiquität. Die finzige Antiquität hier kann dir dummes Maul nicht halten. Sag das doch mal. Ich habe genug gesagt, alter Mann. Tanz, Junge. Tanz! Hau drauf! Kämpft, kämpft, kämpft! Gib mir, was meins ist. Und geh wieder an deinen Gekritzel, alter Mann. Gekritzel? Das hier. Überall. Als wären wilde Hühner über die Zellenwand gelaufen. Ähm, wo? Komm her, du kleiner Pisspott. Nimm deine Hände weg! Sieh auf die Wand! Was machst du? Konzentrieren. Konzentrier dich. Was ist das? Botschaften aus der Vergangenheit. Die Hälfte der Pariser Gefängnisse habe ich bereits danach abgesucht. Wie heißt du, Junge? Arnaud. Arnaud Victor Dorian. Dorian. Natürlich. Pierre Belek. Ich kannte deinen Vater. Schön für dich. Er starb bei Versailles. Ungefähr 76? 77. Dezember, wenn ich nicht irre. Keine Zeugen. Woher weißt du... Dein Vater war Assassine, Arnaud. Er hat sein Leben im Kampf für die Freiheit aller Menschen. Halt dich an mich. Vielleicht lebst du lang genug, dich uns anzuschließen. Und sein Andenken zu ehren. Hör mal. Dieser Kult von dir ist sicher ein amüsanter Haufen, aber... Ich bin nicht interessiert. Ich will einzig und allein Elise finden. Und wie willst du das Anstellen von hier drin? Und wie willst du das Anstellen von hier drin? Das Volk ist aufsässig. Pass auf, das Schicksal könnte bald an unsere Tür klopfen. Kanonenschüsse. Manchmal klingt das Schicksal wie ein Kanonenschuss. Sicher, die Gefangenen! Entdeckung! Gefangene, an die Wand! Auf wessen Befehl? Ich hab dir gesagt, das geht schief. Druck! Gefangene, an die Wand! Gut, verschwinden wir aus dem Schreckloch. Hier, da! Auf! Auf! Die Wand! Lauf, was das Zeug hält! Was hier? Tja! Was ist hier? Warte bei mir! Ich hab das Schoss! Halt es mir noch vom Leibpist, Mot! Sollte mich einer abmoxen, werde ich dich als Geist heimsuchen. Beleck, ist die Tür offen? Nicht, kann ich nicht. Wir haben ein Problem. Glaubst du, dass du denn anstiegst? Reiz! Nein, wegen mir brauchst du dich nicht zu beeilen. Stahl! Stahl, was du sehen und kämpfst! Sei dein Mann! Wer sagt, du hübsch? Beschäftige Sie! Hallo! Nur keine Panik! Das kann nicht euer Ernst sein! Ich hab's! Verlust, Pisspot! Ach das Fenster! Komm! Wollen wir miteinander verregen? Okay. Oh, Mann! So lange die Menge sind wie fünftigt! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Fetzke mich doch! Du wirst mich nicht überlegen! Es gibt keiner trennen! Nein! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und wie kommen wir wieder runter? Vertrau mir! Zimmeron! Zimmeron! Kerker! Worauf wartest du, Pisspott? Zeit zu sprengen. Was? Der Kerker hat dir den Verstand geraubt, alter Mann. Das hat der Alkohol schon vor langer Zeit erledigt. Jetzt tauch mit dir! Ich kann... Das ist unmöglich! Unmöglich? Das muss jeder Assassine können, Junge. Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, dann komm zu uns. Du passt gut zu uns. Bis dann, Pessport! Pessort! Du, zu Rode von der Kaunten! They are the house. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020